Hallo und willkommen zurück im Mittelalter. Wir haben die Brücke Nummer 9 und haben als Aufgaben Bauen wir eine Brücke um die Truppen vorrücken zu lassen. Gibt nicht mehr als immer dieser Warum muss es ja immer auf Kohle drauf ankommen? Also wir müssen wieder sparsam bauen. Das heißt wo es geht setzen wir normales Holz ein, keine Baumstämme, Stein wird überhaupt nicht eingesetzt und ja, wir probieren das ganze hier sehr schön abzusichern. Die Brücke, wir haben hier eine gewisse Breite, wir können hier gerade nach oben gehen, so, aber der Teil langt uns nicht ganz, deswegen müssen wir das ganze hier auf zwei Teile aufteilen. Was natürlich blöd ist, weil wir hier jetzt einen in der Mitte haben. Deswegen überlege ich gerade, ob wir das ganze nicht als Trapez wieder aufbauen, damit wir hier wieder eine Seitenfestigkeit bekommen. Ich probiere es allerdings erstmal so, dass wir hier einmal, zweimal machen und hier das ganze miteinander verbinden. So, hängt noch schön durch. Oh, aber da kommen natürlich die richtig Karten an. Ähm, wir brauchen mehr Holz. Wir machen hier wieder unser kleines Auge. Das heißt einmal hier hoch, zwei nach drüben, hier durch. Und auch von der anderen Seite. Eins, zwei und hier nach oben. Ich hoffe das langt schon. Jetzt nehmen wir jeweils Seile, um das ganze auch in der Zugfestigkeit ein bisschen zu verstärken. Es könnte sein, dass wir den Mittelteil noch ein bisschen verstärken müssen. Also, das hebt schon mal. Es wird bedächtlich rot. Wir müssen das ganze hier noch ein bisschen weiter aufmutzen. Deswegen nehmen wir die hier weg. Und bauen hier erstmal zwei kleine und eine große. Dadurch können wir hier stärkere Pfosten einziehen. Das war es auch nicht. Einmal, zweimal. Und jetzt verstreben wir das quer. Das heißt, einmal du stützst den, du stützst den. Du hüllst hier noch ein bisschen mit. Und du hier. So, reicht uns das schon. Okay, der bricht nach unten durch. Deswegen sollten wir das ganze hier natürlich auch noch ein bisschen absichern. Einmal, zweimal. Der wird rot, aber bricht nicht durch. Jetzt kommt die Kraft auf die andere Seite. Und sie ist auch schon wieder von der Brücke drunter. Also, die Brücke hält. Und alle Einheiten sind durchgekommen. Oh, ist zu teuer. Okay, wir müssen es noch ein ganz klein bisschen optimieren. Optimieren noch. Ah, an welcher Stelle können wir denn Holz ersetzen? Wir haben hier unseren Normalteil. Wir haben hier. Wir müssen im Prinzip diesen. Schauen, ob wir die Brückenteile vielleicht. Die beiden hier können wir doch auch ein bisschen kleiner machen. Dann sind sie nicht ganz so teuer, dass wir hier wirklich nur zwei nach oben gehen. Und hier. Na, ist immer noch zu teuer. Oder? 33.600. Wie viel haben wir? 34.100. Es hebt. Jetzt kommt wieder die Belastung. Geht bis auf dunkelrot, aber es hält. 2, 3, 4. Okay, alle kommen durch. Und 33.600. Es langt also perfekt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war Brücke Nummer 9. Wir sind kurz vor dem Ende. Noch eine Gruppe. Also noch vier Level. Dann haben wir das Ganze durch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Morgen wird es entspannt. Denn wir müssen wieder Leute in die Grube runterjagen. Und das sehen wir dann morgen. Bis dann.